meine güte mein gott ich verstehe einfach nicht was ich da jetzt was da jetzt falsch gemacht habe nein nicht splitter fusionator das soll da reingehen so das geht wenn das jetzt nicht hinhaut muss ich das ding einfach neu bauen man Muss ich vielleicht von da oben anfangen? Was ist da jetzt drin? Was ist das jetzt wieder? Wieso habe ich denn jetzt Schrauben in der Hand? Meine Güte. So, haben wir es jetzt. Huch, ich frage mich, wo die ganzen... Ich schneide es nicht. Ich schneide es echt nicht. Aber ich wette, wenn ich das einfach... ...einfach so verbinde... ...und sobald ich. Sobald auf��ập. Ich zeige, ich frage mich. I was, ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich, weil du voll. Ich frage mich, warum. Es wäre echt schön, wenn es jetzt wieder funktionieren würde, bitte Okay, aus irgendeinem Grund mag der das Ding nicht Schön Ich check's, also wirklich, ich check's nicht Ich Wie viele Da oben gehen doch zwei Ich finde das gerade echt ein bisschen unfair, ich möchte das gerne da rein haben So, dann ist Dann ist das hier wahrscheinlich einfach ein bisschen zu nah Dann packe ich den Förderbundfusionator einfach noch ein Stück weiter Und ein Stück weiter nach da So Also Nicht genügend Was erzählt er denn? Gerade ging's doch Irgendwas stimmt da drin nicht Bitte Na bitte Geht doch Mein Gott Hätte er jetzt auch nix dagegen gehabt, wenn's ein bisschen früher geklappt hätte So Also das wird von hier kommen und dann da reinlaufen Und jetzt brauche ich die Scheiße nur noch verbinden Ist da Oh Ähm Ich bin gespannt, ob das geht Nicht wirklich Gut Aber Das ist ja alles halb so wild Denn Ich mach's einfach so So Und jetzt wird es in Zukunft so sein, dass dann die fertigen Sind das denn da? Das hier müssen schon dann theoretisch Motoren sein Ja Da fehlen immer noch die Statoren Ich weiß, aber wenn die Motoren fertig sind, dann fährt das hier lang Gerät dort in den Splitter Beziehungsweise Fusionator Und dann landet der ganze Scheiß da oben So Und was jetzt noch fehlt Das sind die Statoren Und diese Statoren Die sollen ja hier reinlaufen Ja, ich glaub, das lass ich jetzt erstmal so Das heißt, wie's weitergeht, seht ihr dann morgen Und da kommen die Statoren Und dann wird der Strom Und, na Die Stahlproduktion und so Und dann geht's weiter Also bis morgen Tschüss